An Svensson vorbei mit etwas Glück. Kühlhorn ist völlig alleingelassen. Bielefeld führt hochverdient 1 zu 0 ab der 22. Minute. Kapitän und Torwart Kneipp tritt an. Er hat den härtesten Schuss in der Bundesliga, sagt sein Trainer. 89 Minuten gespielt. 2 zu 2. Die Armenier ist mit einem blauen Auge davon gekommen.